Jo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Shox und heute mal endlich wieder mit einer richtig, richtig guten Nachricht für euch und für den kompletten deutschen eSport. Es wurde endlich die DACH-Regierung zusammengefasst. Okay, für alle, die nicht wissen, was die DACH-Region ist, DACH steht für Deutschland, A für Austria und CH für Schweiz. Also sprich, Deutschland, Österreich und Schweiz ist nun endlich offiziell eine Region für die Call of Duty Champs, auch bereits in den diesjährigen Call of Duty Champs 2015. Meiner Meinung nach längst überflüssig und endlich haben wir es geschafft, dass das als eine Region zählt. Also sprich, ihr müsst bei eurem Team nicht mehr darauf achten, ob die Spieler wirklich aus Deutschland kommen oder ob das in Österreich oder in Schweizer ist. Bei meiner Meinung nach sollte man da sowieso keinen Unterschied machen. Wir sind alle deutschsprachig und da ist es eigentlich völlig egal, ob jetzt einer in der Schweiz lebt oder in Österreich lebt oder in Deutschland lebt. Hauptsache das Team funktioniert und man hat ein gut arbeitendes Team mit guten Spielern. Und ich meine, wir haben sehr, sehr viele gute österreichische und Schweizer Spieler auch. Ich kann gerne ein paar Beispiele nennen. Wir haben hier Quickie, wir haben Kiwi, wir haben Bramba, Rande, Mike und noch viele, viele mehr, die ich jetzt auch nicht hier genannt habe. Jeder von euch kennt sicherlich einen guten österreichischen oder Schweizer Spieler oder spielt vielleicht ab und zu einmal mit einem. Finde ich mega, mega cool und da muss ich echt an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön an Cloud, den Call of Duty Community Manager ausrichten, der sich da wirklich stark dafür eingesetzt hat, beziehungsweise auch schon in der Vergangenheit dafür eingesetzt hat, dass das Ganze möglich wird. Natürlich war das Ganze auch in seinem Interesse, da ja Activision, Deutschland, Österreich und Schweiz auch zusammengehört bei Activision. Und es ist meiner Meinung nach, wie gesagt, längst überflüssig gewesen. Endlich ist es soweit. Uns freut es natürlich auch riesig, da wir seit Black Ops 2 auch schon immer zwei Ausländer, beziehungsweise zwei Nichtdeutsche im Team hatten. Und für uns ist es natürlich jetzt auch sehr, sehr gut. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit, an den Call of Duty Champs teilzunehmen, beziehungsweise natürlich erst an den Qualifikationen teilzunehmen. Für uns ist es jedoch sehr, sehr schwierig in einer Woche. Es sind bereits die deutschen Qualifiers. Wir haben jetzt nur noch eine Woche Zeit, ein Team auf die Beine zu stellen, eine Woche Zeit, das Game zu grinden und halt dann zu versuchen, dass wir in den Cups, in die Top 2 kommen und uns dann somit für die Regional Finals in London qualifizieren. Es wird richtig, richtig schwierig für uns. Ich kann euch jetzt wirklich nichts versprechen, ob wir das schaffen. Wir werden unser Bestes geben. Wir werden jetzt erst mal dieses Wochenende versuchen, das passende Team zu formen, ein passendes Team auf die Beine zu stellen und müssen halt dann wirklich noch eine Woche grinden und versuchen, das Bestmögliche aus uns allen rauszuholen. Und dann hoffen wir, dass wir uns für die Call of Duty Champs qualifizieren können. Ich habe unten in der Beschreibung die Links von dem Cloud, dem Community Manager reingepackt, also dem Facebook und den Twitter Link. Lasst ihm bitte ein Follow da, lasst ihm bitte ein Like da. Er hat es echt verdient, er hat sich so dafür eingesetzt. Ohne ihn wäre das alles nicht möglich. So ein Community Manager können wir uns wirklich nur wünschen, der sich auch wirklich für den E-Sport einsetzt und auch für den E-Sport wirklich interessiert. Da gibt es auch ganz, ganz andere, das kann ich euch sagen, die da gar keinen Bock drauf haben bzw. die es gar nicht interessiert. Aber der Cloud, der ist da wirklich dahinter. Der hat auch Interesse an dem deutschen E-Sport und der setzt sich dafür ein und guckt auch, dass das Ganze größer wird. Und das ist echt mega cool von ihm. Also lasst ihm bitte einen Like und einen Follow da. Bedankt euch bei ihm. Das haben wir wirklich alles ihm zu verdanken, dass wir endlich als eine Community offiziell auf der ganzen Welt als eine Community angesehen werden und uns da nicht mehr verstecken müssen und uns da nicht mehr irgendwie trennen müssen oder so. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ansonsten, wenn ihr das genauso geil findet wie ich, lasst einen Daumen nach oben da auf das Video. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, dass diese Dachregion jetzt nun zusammengefasst ist. Also, dass Deutschland, Österreich und Schweiz jetzt nun als eine Region zählt, wie es zum Beispiel auch bei Benelux ist, bei Skandinavien ist oder bei England, Irland oder Hongkong, Taiwan und Singapur. Das sind ja alles Regionen, die zusammengehören und nun zählen wir auch eine Region, eine deutschsprachige Region. Ich feiere das übelst und ihr werdet die nächsten Tage auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr von uns hören. Sobald ich Informationen habe, melde ich mich mit einem neuen Video und ansonsten würde ich sagen, wir hören voneinander. Bis dann, ciao, servus, euer Schox.